Ja, das Raketenprogramm der Föderation wird in einer Fabrik am Hafen von Rio entwickelt. Diese Küstenlinie wird von der 3. Flotte abgeriegelt. Deshalb gehen wir nach Süden. Wir starten ein Ablenkungsmanöver bei ihrer Atlas-Bohrinsel im Herzen der Dregstraße. Es ist ziemlich weit im Feindgebiet. Wieso sollen wir sie jetzt einnehmen? Atlas produziert genug Treibstoff, um die Föderation für Jahre zu versorgen. Und wir wollen Atlas nicht einnehmen, sondern versenken. Wir sind in Position. Ebenso. Das Bild kommt. Die letzte Patrouille nähert sich. Verstanden. Sind das alle? Ja, die Wette ist voll. Sie sehen uns oben. Logan, Kamera einziehen. Los jetzt. Sprengsätze platziert und alle wieder da. Dann wollen wir uns mal vorstellen. Auf dein Zeichen. Hol sie runter. Abschalten. Freie Waren. Los jetzt. Flaschen weg und nach oben. Ich hab's. Musik. 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 Die Aktivität vor Ort ist ein Wort. 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 Schritt 1, die Druckregulatoren ausschalten. Schritt 2, die Feuerregulierung überladen und das Ding in die Luft jagen. Bereit machen, oben dann Feuer frei. Ziel vor Ort ist ein Wort. Gib mir jemand Deckung. Sie sind umallt. Sie ziehen sich zurück. Vorrücken. Wir sind sicher. Halt auf Ebene 2. Sprengschnur. Platziere Sprengschnur. Okay, Zündung. Kick. Wir sind drin. Gehen über die Ostseite. Verstanden. Druckregulatoren sind da vorne. Bewegung. Vorsichtig. Hash auf mein Zeichen. Los. Die Ecken sichern. Sieh! Vorsicht! Gang gesichert. Los jetzt. Das muss jemand gehört haben. Eine Ladung an diese Türloch. Die Tür ist hin. Blink-Kramaten. 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 Sicher! Das war knapp. Hier geht's zu den Druckregulatoren. Aufpassen! Wir brauchen den Vorarbeiter lebend. Was soll das werden? Schnauze! Schalt ab, Kleiner! Nein, nicht! Ihr jagt die hochvergeriede Luft! Stopp! Scheiße, dann sei das, Kiegel! Kiegel, die Hochfackel ist aus. Dein Pumbo-Ton weg. Da oben wird es gleich unangenehm. Verstanden. Wir sind sicher. Also gut. Dann nach oben. Ruhig bleiben. Erst auf meinen Befehl feuern. Warte noch. Und dort! Mann, Mann, nicht! vai! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020